So 330 Millionen App-Downloads generiert, das waren am Tag dann so 140.000 Downloads. Jeden Tag sind 140.000 neue Menschen mit Runtastic in Berührung bekommen. Ich glaube, das ist ein Trugschluss für viele Menschen, die ja immer sagen, wenn ich mal Summe X erreicht habe, dann mache ich gar nichts mehr. Ja, dann muss ich endlich nichts mehr machen. Du musst enorm attraktiv sein als Unternehmen, als Startup, um die besten Talente zu bekommen. Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Erfolgsmensch Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Florian Gschwandner. Florian ist einer der Gründer von Runtastic. Eine echt coole App, die ich vor allem während Corona viel genutzt habe, weil ich da relativ viel gejoggt bin und dadurch stark meinen Pace verbessert habe. Echt ein cooles Tool. Und Florian erzählt von der Gründungszeit bis hin zum Exit. Und die Story ist absolut genial. Adidas hat Runtastic für sage und schreibe 220 Millionen Dollar gekauft. Und ja, die Geschichte dahinter, da kannst du dich jetzt wirklich freuen. Dich erwartet ein super inspirierendes Gespräch mit einer super inspirierenden Persönlichkeit. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Du bist ja zu Gast im Erfolgsmensch Podcast. Genau. Was bedeutet für dich persönlich Erfolg? Erfolg bedeutet für mich, wenn man Dinge, die man in seinem Kopf hat, in die Realität umsetzt. Und ich glaube, Erfolg ist nicht ein einmaliges Erreichen, sondern es ist ein Zustand, der wiederkehrend sein kann. Und ich glaube, genauso wie das Erfolg braucht es auch den Misserfolg. Also es gibt nicht nur das eine, meiner Meinung nach. Okay. Also der Misserfolg als natürlicher Bestandteil vom Erfolg. Genau. Auf der Reise wird nicht nur die Sonne scheinen, sondern es wird auch einige Male regnen müssen. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ja, genau. Die gehört dazu. Das gehört dazu, ja. Du bist aus Oberösterreich, da aufgewachsen oder bist du ursprünglich aus Oberösterreich? Nicht ganz genau. Ich bin aus Niederösterreich. Also das ist dann eher so ein bisschen, würde man sagen, wenn man die Österreich-Landkarte jetzt für die deutschen Zuhörer sozusagen mehr Richtung Wien. Aber ich bin eigentlich an der Grenze, also so ganz in der Mitte von Österreich kann man fast sagen. War aber immer schon ein bisschen mehr Oberösterreich zugeordnet. Habe dann auch in Oberösterreich studiert und wir haben dann auch die Firma dort gegründet und ich wohne jetzt auch in Linz. In Oberösterreich ist die drittgrößte Stadt in Österreich, so 200.000 Einwohner. Und wo bist du dann in Niederösterreich? Also welcher Ort genau war das? Genau, Strengberg, das kennt man zu 100 Prozent nicht. Genau, 2.000 Einwohner Gemeinde. Ich bin am Bauernhof groß geworden, also ein Kind der Landwirtschaft, größeren oder älteren Bruder, jüngere Schwester. Genau, ich sage immer die goldene Mitte. Nein, zu Hause, aber alles gut, genau. Okay, und so bist du ein Familienmensch? Ja, schon. Viel Kontakt zur Familie? Ja, ja, ich habe tatsächlich sehr viel Kontakt zur Familie. Also ich bin alle paar Wochen zu Hause am Bauernhof immer noch. Also deine Eltern haben nach wie vor einen Bauernhof? Genau, wir haben nach wie vor einen Bauernhof, der gehört auch schon mir, also den habe ich schon übernommen. Ich bin ja tatsächlich mein Abitur in der Landwirtschaft gemacht. Ein bisschen gezwungen von den Eltern, das ist immer noch so ein kleines Disput-Thema. Okay. Ich wollte eher gern technisch gehen, habe ich nicht dürfen. Sie sagen, ja, das habe ich mir selber ausgesucht. Das stimmt, glaube ich, nicht ganz. Aber wie auch immer, es war dann die Abitur und konnte danach selber entscheiden, was ich mache. Aber es war immer klar für mich, kein Landwirt werden zu wollen, weil das hat mich zu wenig interessiert. Okay, okay. Und weil du gerade gesagt hast, es ist immer noch ein Disput, also heute noch ein Diskussions-Thema, oder? Ja, so mit einem kleinen Liebäugeln immer so, weil die Eltern sagen, ja, die Schule war ja total super. Ich sage, für mich war es fünf Jahre Zwang, Dinge zu lernen. Ich habe ja maturiert oder das Abi gemacht in Pflanzenbau, Tierzucht und all den spannenden Themen, die mich circa 0,1 Prozent interessiert haben. Und dann wird es schon noch einmal schwierig, wenn du fünf Jahre etwas tust, wo du dich bedingt wohlfühlst. Darum, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, war im Leben, sind viele Dinge dann einfacher geworden, wie ich die Dinge machen durfte, die mir Spaß gemacht haben. Also es war schon durchaus eine sehr harte Zeit. Okay, das glaube ich auch. Und wie war dann der Prozess? Also beschreib das gerne mal, weil du bist ja, vor allem die Geschichte mit Runtastic, die ist ja ultraspannend. Da bin ich ja wahnsinnig gespannt auf das ganze Thema. Aber wie hat es sich dahin entwickelt? Ja, wo fangen wir vielleicht an? Also ich glaube, da muss man tatsächlich bis zur Landwirtschaft zurückgehen, weil ich habe erst später, glaube ich, verstanden, ich wollte immer selbstständig sein. Warum wollte ich selbstständig sein? Prinzipiell habe ich immer zwei Motivationen gehabt. Die eine war so die Dinge, die in meinem Kopf sind, auch wirklich selber umsetzen zu können und zu dürfen. Eher so das Träumen, aber das Träume in die Realität rüberbringen. Und das Zweite war tatsächlich sehr materialistisch veranlagt. Also wir haben immer, wir haben alles gehabt, also alles gut am Bauernhof, gut aufgewachsen, aber gefühlt immer so ein bisschen das älteste Auto, nie ein Computer. Wenn ich einen wollte, bin ich mit 13 Jahren schon im Sommer arbeiten gegangen, Geld verdienen, dann habe ich mir das kaufen können. Okay. Und also für Bildung war immer Geld da, aber alles rundherum war so, sagen wir mal, mittelmäßig. Und ich wollte eigentlich unabhängiger in meinem Leben werden und wollte mir Dinge leisten können. Da bin ich ganz ehrlich, das war eine Riesenmotivation für mich. Und ohne es zu wissen, war für mich ganz klar, die einzige Chance ist Bildung. Und dann habe ich ja gesagt, dann war mir 14 in Landwirtschaftsschule, mit Internat, Montag bis Samstag. Also schon ziemlich hart, nur Samstag heim, Montag wieder um vier Uhr in der Früh wieder in die Schule. Taffe fünf Jahre mit dem Wissen, Abitur, dann so Bundesheer macht man dann bei uns neun Monate und danach ins Studium. Dann habe ich Technik studiert, fünf Jahre lang, Mobile Computing, also Software Engineering auf mobilen Endgeräten. Aber auch dort war ich so halb unsicher. Ich habe nie Programmieren vorher gelernt, ich hatte keine Mathematura, das waren dann brutale Jahre am Anfang. Also ich musste einiges aufholen, was andere in ihrer Ausbildung, HTL und Mathematik, Abitur, BIPAPRO gelernt haben. Ist aber irgendwie gegangen, aber ich habe gewusst, okay, ich bin dort wahrscheinlich so ein besserer Durchschnitt. Aber sicherlich nicht bei den Wow-Software-Ingenieuren dabei. Darum auch dann noch ein zweites Studium parallel gemacht, so am Wochenende dazu. Da ist mehr um Wirtschaft gegangen und digital. Und dort haben wir ein Fach gehabt, das hat auch Entrepreneurship geheißen. So selbstständig sich machen, Unternehmen bauen und das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Und das war jetzt alles ein bisschen abgekürzt, was da in zehn, elf Jahren passiert ist. Und dann habe ich normal arbeiten begonnen in einer Firma, war dort im Projektmanagement für eine Software im Mobilfunkbereich. Habe da, glaube ich, einen guten Job gemacht, drei Monate. Und dann kam ein ehemaliger Studienkollege auf mich zu und hat gesagt, du, wir haben nur Geld über für unser Studienprojekt. Das wird nichts. Er kann programmieren und er hat gesagt, Flo, du hast immer gesagt, du wolltest selbstständig sein. Sag mal, was wir machen sollen. Ich programmiere und du baust rundherum alles andere. Und das war so ein bisschen der Zündpunkt für Runtastic. Und dann sind ein paar Zufälle zusammengekommen. Ich habe ja mein zweites Studium gemacht. Da war ein Kollege, der Alfred, der war sehr gut im Finanzwesen und BWL. Und der Christian, der zweite Techniker, der René und der Christian, haben vorher diese Projekte gemacht, vom Studium heraus. Der wäre zu TomTom gegangen. Wirtschaftskrise. Er hat den Job nicht bekommen. Und wir waren auf einmal vier Jungs und haben gesagt, wir wollen das Laufen revolutionieren. Okay. Das war so der Startpunkt. Wie ist die Idee entstanden? Genau, die Idee ist entstanden, ich habe immer Sport gemacht. Also ich mache seit ich, keine Ahnung, 14, 15 bin, jeden Tag meine 50 Liegestütze. Da habe ich eine eigene App jetzt gebaut, können wir später reden. Aber war auch immer ein bisschen Laufen. Cool. Nie professionell. Ich habe immer Fußball gespielt. So zweite Klasse irgendwas in Österreich. Also dort, wo es um die Achillessehne geht. Also das wehtut meistens. Aber trotzdem Sport. Immer Sport begeistert gewesen. Und immer Laufen gewesen auch. Und wie das iPhone 3G rausgekommen ist, habe ich mir das gekauft. Das war das iPhone, die zweite Version, die dann schon GPS hatte. Und ich habe mir so einen Prototypen mit einem Freund geschrieben und bin zu meiner Oma rüber gelaufen. Das sind so drei Kilometer. Und da versucht, kann man das irgendwie am Handy darstellen. Damals hat es nur Polar geben, 500 Euro, diese GPS-Summen. Das war alles noch nicht sehr ausgebildet. Und das hat irgendwie ganz gut ausgeschaut. Und mit den anderen Kollegen dann haben wir zwei Sachen gesagt. Lasst uns hochfrequentierte Laufstrecken wie in Linz die Donaudamm oder in Wien die Praterallee mit fixen Messstationen ausstatten. Und du hast deine Marathonchips quasi am Schuh. Das war eigentlich die größere Idee. Und die kleinere war, lasst uns am Handy diese Rantastic App bauen und schauen, ob mit dem Handy wer laufen geht oder ob das funktionieren kann. Und binnen wenigen Monaten haben wir gesehen, das Mobile, die App sozusagen geht durch die Decke. Und das andere, unsere Hauptidee, ich sage das bewusst so, weil ich glaube, das ist für viele Zuhörer enorm wichtig, dass man oft im Leben sehr schnell entscheiden muss, das funktioniert nicht, dann probiert man das Nächste, dieses Pivoten, sagt man. Also schnell seine Business-Ideen dann. Und wir haben gesehen, das eine funktioniert, das andere nicht. Jetzt haben wir das eine abgedreht und haben dann alle Ressourcen sozusagen in die mobile Applikation, in Rantastic reingegeben. Das war so Oktober 2009. Okay, das war aber relativ in der Anfangsphase von Rantastic. Ganz am Anfang, ganz am Anfang. Okay, da wart auch nur ihr vier Gründer. Genau, wir waren eigentlich zu viert. Wir haben sehr schnell einen Mitarbeiter angestellt. Das war auch der Einzige, der Geld verdient hat die nächsten 18 Monate. Beziehungsweise nach 18 Monaten haben wir schon fünf Leute angestellt gehabt. Wir haben uns selber, glaube ich, eineinhalb Jahre 0 Euro ausbezahlt. Also es war wirklich Leben am Minimum. Da war es Mittagessen so beim, der Aldi war neben uns quasi, der Hofer heißt da in Österreich, aber da hat es Mittagessen 2,50 Euro gekostet. Und ich sage auch immer, der Vorteil ist, wenn du kein Geld hast, kannst du da wenig Blödsinn machen. Also arbeiten geht immer, aber recht viele andere Sachen. Du brauchst nicht im Internet schmöckern, was du dir leistest, weil du kannst dir nichts leisten. Und wir waren schon brutal fokussiert und es war wirklich alles auf all in or nothing. Und dann sind wir losgestartet, ersten Mitarbeiter gehabt, die App gebaut und dann waren viele so kleine schnelle Entscheidungen. Wir haben gesehen, okay, das funktioniert. Der App Store ist gerade aufgekommen. Heute sind Apps klar, aber 2009 war das noch nicht ganz so. Dann haben wir gesehen, okay, welchen Vorteil haben wir vielleicht gegenüber einem Mitbewerber in Amerika. Dort gab es ein, zwei andere Apps. Wir haben gesehen, in Europa viele Sprachen, viele Nationen. Natürlich null Euro Marketing Budget. Was tun wir? Datenbank rein und geschaut, wer läuft in Italien, wer läuft in Frankreich, wer läuft in Spanien und haben dort die Users angeschrieben. Und haben geschrieben, hello, this is Florian, CEO from Rantastic. Would you mind to help us translate the App into Italian Language? Und so haben wir binnen fünf Wochen die App in drei neue Sprachen für null Euro übersetzt mit den ersten Kunden von uns. Die das am Wochenende freiwillig gemacht haben. Und das war halt wieder so ein kleiner Gross-Hack, würde man sagen. Was für ein cooles Gefühl war, oder? Und ein mega Gefühl. Ja, cool. Und vor allem auch eine mega Qualität. Und die Leute sind dann nochmal hochgekommen. Ein paar Jahre später haben wir uns besucht und haben sich Freundschaften entwickelt. Also irrsinnig interessant, was aus der Kreativität alles entstehen kann. Und es war dann natürlich auch so, wir wollten Beziehungen zu Apple und Google aufbauen, weil wir gemusst haben, damals war das Featuring enorm viel wert. Sprich, du bist in den App Store reingegangen und deine App ist groß angezeigt worden. Und ja, wir haben aber auch Apple, who the fuck is Apple? So auf die Art. Wir haben mal geschaut, Apple, okay, Cupertino, Amerika, West Coast, südlich von San Francisco. Und ich habe zu meinen Kollegen gesagt, ich fliege da jetzt rüber und ohne Visitenkarte von Apple komme ich nicht nach Hause. Das war der Noir Star. Dann haben wir irgendeine Förderung gesucht, weil Geld hat man keins, die den Flieger bezahlen, da hat es in Österreich irgendeine Wirtschaftsförderung gegeben, gar Zellenförderung war das damals. Irgendwo in San Francisco wirklich sehr low-level gewohnt, so für 25 Dollar die Nacht im Hostel, also fast ein bisschen schlimm. Und dann auf jedes Meetup gegangen, was irgendwie möglich war. Und dann nach ein paar Tagen irgendwelche Leute von Apple kennengelernt, denen natürlich gepatcht, was wir da nicht alles vorhaben. Und die haben uns irgendwie mögen oder mich mögen. Das war einfach ein bisschen auf Sympathie-Büro und diese Beziehung. Und ab dann waren wir nahezu bei Apple schon im System ein bisschen drinnen. Und das hat uns enorm im Wachstum geholfen. Mega. Und dann haben wir später noch ein kleines Büro in San Francisco gehabt. Dann haben wir auch einen Mitarbeiter dort angestellt, Managing Director, Rantastic USA. Dann bist du quasi schon in einer amerikanischen Firma, ohne dass wir jemals eigentlich eine Firma in den USA hatten. Aber dann hast du ein bisschen so kleine Gross-Hacks, die irrsinnig spannend waren auf der Reise. Okay, cool. Und wie aber trotzdem, wie hat sich das Ganze finanziert? Das ist vielleicht für viele Jahre spannend. Die ganzen Entwicklungskosten der Mitarbeiter. Genau, richtig. Die waren ja trotzdem Kosten. Natürlich. Wie habt ihr das bezahlt? Ja, zwei, drei Komponenten. Also witzigerweise waren wir alle vom Mindset ähnlich und haben während des Studiums Geld gespart. Okay. Und ich habe nach dem Studium, glaube ich, so 20.000 Euro gespart gehabt. Gar nicht wenig. Okay. Ist aber auch nur dadurch gegangen, dass ich jedes Praktikum irgendwie brutal, ein Praktikum war in der Ukraine am Stahlwerk. Habe ich nur gemacht wegen Geldverdienen, weil ich wusste, ich verdiene im Monat damals mit, keine Ahnung, 22 Jahren irgendwie, keine Ahnung, 7.000 Euro netto. Ja. Ich mache eine total unnötige Arbeit. Aber es ist schon Ansage. Aber klar, es war alles, ich habe gewusst, ich werde irgendwann Geld brauchen, wenn ich mein Unternehmen gründe. Das hat aber die Gründung eigentlich alles verschlungen. Und was wir dann gemacht haben, wir haben dann gesagt, okay, unter der Woche machen wir Runtastic und am Wochenende machen wir irgendwas, damit wir Geld verdienen, um Runtastic zu finanzieren. Wir hätten ja, wie man heute ganz klassisch als Startup macht, eine Präsentation, ein kleines Pitch-Deck und man geht zu Investoren. 2009 gab es de facto fast keine Business Angel und Investoren in Österreich, aber auch in Deutschland sehr wenig. Und bei allen, die wir waren, wir waren sehr viele intelligente Menschen, haben eigentlich alle gewusst, warum es nicht funktioniert. Und da sind wir ein bisschen bei unserer deutsch-österreichischen Mentalität. Du kommst mit einer Lösung auf den Tisch und jeder findet zehn Probleme dafür. Und bei uns war das so, vier Gründer, keine Chance. Selbst wenn ihr erfolgreich seid, ihr werdet euch streiten und, 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 Geldprobleme, Themen. Wer soll jemals mit einem Handy oder einem Smartphone laufen gehen? Interessiert er keinen, macht überhaupt keinen Sinn, macht sowas Gescheites, Burschen. Also ich habe diese Nein-Antworten alle irgendwie auch ein bisschen gesammelt, weil für mich war jedes Nein so ein kleiner Motivationsträger. So, jedes Nein war in meinem Kopf ein Grund mehr, es zu tun. Also das braucht man, glaube ich, auch oft auch im Leben. Und alles gut. Und was haben wir gemacht? Wir haben dann am Wochenende programmiert und haben Apps gebaut für Mobilfunkanbieter, für Energy Drink-Hersteller in Österreich. Ich habe an der Fachhochschule mit 26 Jahren die Berufsbegleitenden am Wochenende unterrichtet über Entrepreneurship. Ich habe selber null Ahnung gehabt, um ehrlich zu sein und habe die so Mitte-30-Jährigen über Unternehmertum unterrichtet. Aber es waren 85 Euro für 50 Minuten und wir haben es auch gut gemacht. Ich habe mich wirklich gut ausgekennet, weil ich habe gerade selber Unternehmen gebaut von der Picke auf. Wie gründest du, was brauchst du, welche Unterlagen, welche Förderungen? Und dann haben wir das Geld, was wir da verdient haben, haben wir genommen, um unsere Mitarbeiter zu bezahlen. Und parallel haben wir aus diesem App-Entwicklungs-Business Das heißt gar nicht fremdfinanziert. Nein, wir sind 100% bootstrapped. Wir haben dann drei Business Angels an Bord gehabt. Die haben aber Anteile für Mitarbeit bekommen. Ist heute auch sehr selten, Work for Equity. Und später sind dann Business Angels ganz klein eingestiegen. Das war wie ein kleines Urnout an uns. Da hat jeder 12.500 Euro gekriegt. Und dann ist noch ein sehr bekannter Angel aus Österreich, viel später, 2012 erst rein, der Hansi Hansmann. Das war damals so, darf ich das sagen? Ich glaube schon, da wollte Burda einsteigen bei uns. Also kennt man ja in München logischerweise. Und die haben uns dann auch, da haben wir schon Termshit und alles gehabt. Und das haben wir dann in Hansi auch gezeigt, der ein guter Freund von uns immer war. Und der wollte immer rein. Aber wir haben gesagt, wir waren sehr schnell, wir waren nach 18 Monaten schon profitabel. Wir haben alles gebraucht, nur kein Geld. Und der hat aber dann, wie ein kleiner Teilexit, da haben wir, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, jeder hat von uns vier dann nach dreieinhalb Jahren irgendwie 120.000 Euro bekommen. Und das war so wie die Krönung. Super, oder? Mega super. Das war Wahnsinn. Das war das erste Geld. Und ab da haben wir schon gesagt, das ganze Projekt hat zehn grüne Häkchen. Ja, und aus der Entwicklungsarbeit ist eine eigene Agentur entstanden. Die gibt es auch heute noch. Die gehört mittlerweile bei den anderen. Die All About Apps GmbH und brutal gute Reise. Wie war das? Also wie lange hat das gedauert, bis es profitabel war? 18 Monate. Was glaubst du, war der Grund bei euch, warum ihr so schnell profitabel wart? Ja, ein Grund ist ja tatsächlich gewesen, wir hatten kein Geld bekommen. Wir haben nur das verdient, was wir am Wochenende gearbeitet haben. Das haben wir für unsere Mitarbeiter gebraucht. Also haben wir gewusst, wir müssen randtestig ab Tag eins an ein Businessmodell dazu bauen. Man muss jetzt ein bisschen zurückdenken in dieser Welt. Da war ja lange, Wachstum ist alles und ein Businessmodell überlegen wir uns später. Geld verdienen könntest du, wenn du groß seid. Gerade alles, was wie sie investiert. In so einem Segment ist das ja eigentlich üblich. Genau. Und wir waren von Anfang an, es hat damals ja noch keine Abos oder Subscriptions gegeben. Da hat es die Gratisversion gegeben und eine Bezahlversion für 4,99 Euro, die Rantastic Pro. Wir haben auf unserer Webseite aber von Anfang an ein Businessmodell gebaut. Die hat damals geheißen die Gold Membership. Da hast du dann Features, Statistiken, pipapo bekommen. Und somit haben wir ab Tag eins gewusst, wir kennen unsere Metriken, zehn Leute laden runter, einer kauft. Und dann haben wir so ein bisschen die Metriken verstanden. Und dann ist schon dazu gekommen, dass wir sicherlich sehr gutes Timing erwischt haben, dann mit Apple und dann relativ schnell auf Google expandiert sind. Android ist ja auch gerade rausgekommen. Sehr schnell in ganz viele Sprachen übersetzt. Wir haben die App bei am Schluss, glaube ich, in, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 20 Sprachen plus, also von Chinesisch, Mandarin, über Thailändisch, Viertnimesisch, pipapo. Also wir haben den ganzen Longtail mitgenommen. Und wir haben dann aus einer App mehr gebaut. Wir haben eine Radfahr-App gebaut. Wir haben eine App gebaut für Kniebeugen, für Liegestütz, für alles drum und dran. Und diese Apps haben uns irgendwie neue Downloads in neuen Segmenten gegeben und dann haben wir super Cross-Selling betrieben. Und also wir haben sicherlich gut verstanden, unsere Produkte zu skalieren. Wir haben ja über die Zeit, bis ich gegangen bin, ich muss aufpassen, das waren halt dann irgendwie so, nicht ganz zehn Jahre, so 330 Millionen App-Downloads generiert. Das waren am Tag dann so 140.000 Downloads. Jeden Tag sind 140.000 neue Menschen mit Runtastic in Berührung bekommen. Das ist ja richtig krass. Richtig krass. Und wir waren bei Apple, die haben damals ausgestört, die, glaube ich, Top-1000 Downloads der Welt, da waren wir überall immer dabei. Also wir waren wirklich eine brutale Ausnahme. Wenn wir heute im Funnel reden würden, also wir haben den Funnel oben ganz groß gemacht, im Optimieren waren wir sicher nie die Besten. Da hätten wir noch viel besser. Oder heute reden wir noch vom Flywheel, wo es dann natürlich Marketing dran stellt und und und. Aber wir waren wirklich gut im Skalieren und haben schon ein sehr gutes Produkt gebaut und haben ein paar so Gross-Hacks, wie ich vorher schon genannt habe, wie Facebook dann kam. Gerade in Europa, Facebook ist eher so dann 2011, 2010, 11, 12 im Dach, im europäischen Raum stark geworden. Da waren wir einer der Ersten, der das Facebook-SDK, wo du dich halt registrieren hast können, mit einem Klick über Facebook und dann sozusagen nach einem Lauf sehr schnell geteilt hast. Florian hat einen fantastischen Lauf über sechs Kilometer in 30 Minuten absolviert. Und das war noch einmal so ein Reichweitenboost, weil das einfach, dieser Gross-Hack gut funktioniert hat. Warum glaubst du, war dir so gut im Skalieren? Wir waren irrsinnig schnell in der Entwicklung, weil man ganz wenig Hierarchien gehabt hat. Ich bin ein totaler Produktmensch. Ich war immer um fünf in der Früh laufen mit vier Geräten, also zwei iPhones, zwei Android, die Uhr noch drauf. Wir haben dann später Hardware auch noch gebaut. Und ich bin halt, ich glaube, was damals wirklich gut war, bei den Entwicklern die Nähe, jetzt bauen wir das um und so machen es und wir probieren es wieder. Also wir waren extrem schnell in der Produktentwicklung für damalige Zeit. Das heißt, es ist super schnell aufgefallen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Komplett, selber. Ich war sicher der größte Pain in die Ass für alle Entwickler in meinem Team. Umgekehrt aber auch, wir haben Dinge auf einem schnellen Weg fixen können. Und dann haben wir auch natürlich Apple und so gezeigt, wir wollen diese Cutting-Edge-Technology machen. Und dann haben die Entwickler rüberfliegen dürfen nach Cupertino und haben an den geheimen, neuen Dingen arbeiten. Also auch so sicherlich das Storytelling. Wir haben relativ schnell die Unternehmenssprache auf Englisch umgestellt, weil wir die Leute nicht bekommen haben in Österreich, die wir brauchen. Haben dann am Schluss 41 Nationen beschäftigt bei 230 oder 240 Mitarbeitern. Und auch das skalieren. Wir haben immer sofort groß gedacht. Und es ist relativ einfach, weil wenn du in Österreich lebst, musst du größer denken, weil mit 9 Millionen Leuten geht sich das alles nicht aus. Das funktioniert ja. Jetzt kriegst du den Dachraum, sagen wir 100 Millionen, auch viel zu wenig in so einem digitalen Business. Und das Schöne ist, du kannst vom kleinen Linz aus eine App bauen, die international super erfolgreich ist. Weil es hat eigentlich de facto ganz viele Menschen nicht gewusst, ob wir aus Österreich oder aus Amerika sind. Ist auch komplett wurscht am Ende des Tages. Aber da sind wir schon wieder ein bisschen stolz drauf, auch so etwas in Summe dann aufbauen zu können und zu dürfen. Das ist schon ganz cool. Und was würdest du noch sagen, in der Skalierung, was waren jetzt auf den Punkt die größten Herausforderungen? Ja, die größten Herausforderungen war eigentlich, nicht das Team zu skalieren. Du willst auf der einen Seite als Start-up ja immer das junge, dynamische, agile, würde man heutzutage ein Team sein, wo du weißt, alle sitzen in einem Raum, Mittagessen, jeder weiß, was tut B, was tut C und du bist irrsinnig schnell. Und die Team-Skalierung ist eigentlich die größte Herausforderung. Irgendwann waren wir dann 30 Leute, geht noch, dann waren wir 50, dann waren wir irgendwo so 100. Und ich weiß, da bin ich im Sommer sehr viel gereist so. Und wie wir 100 Leute waren, haben wir im Sommer, ich bin ja totaler Fan von Praktikanten und jungen Menschen, eine Chance zu geben, jetzt nicht wie ich im Stahlwerk zu arbeiten, sondern vielleicht als 16, 17-Jähriger bei Rantastic zu arbeiten und ein bisschen zu sehen, wie funktioniert eine coole, moderne Firma, Leute auf Augenhöhe begegnen, im Leadership, die mitzunehmen, die einzubinden und nicht sagen, du bist jetzt drei Monate da, bitte mach mir meinen Kaffee oder was auch immer, sondern wirklich mit mir zu arbeiten. Und da weiß ich, da bin ich zurückgekommen und dann haben wir 27 Praktikanten gehabt. Und dann haben wir gedacht, oh ja, puh. Und dann verlierst du natürlich irgendwann den Bezug zu den Namen und dann sind wir relativ schnell gewachsen auf 150, 160 Leute und da haben wir einige Fehler begangen. Da haben wir falsche Leute eingestellt, die Strukturen, sprich das Organigramm ist im Unternehmen nicht mitgewachsen, das Leadership, die Leute, oft ist es ja so, du bist Mitarbeiter Nummer vier, du bist automatisch der Marketingchef, weil du heute als erstes im Marketing da gearbeitet hast. Aber die Frage zu stellen, bist du überhaupt befähigt beziehungsweise ein guter Leader oder kannst du Leute führen? Da war zu wenig Zeit da und das war sicherlich die größte Herausforderung in der Skalierung der Organisation. Das andere war natürlich die Produktqualität zu hoch zu halten und die Geschwindigkeit. Aber da verlierst du dann auch. Du musst einfach lernen, du wirst Träger, was mir immer irrsinnig wehtut. Darum weiß ich auch nicht, ob ich ein guter CEO für 300 Leute bin oder für 500 Leute. Bis 100 Leute, glaube ich, bin ich ein sehr guter CEO, weil ich liebe das schnelle Arbeiten und das nicht bürokratisch zu sein und nicht für mich. Ich habe immer gesagt, ein paar Indikatoren, dass es in die falsche Richtung geht. Wenn wir Umfragen bei den Usern oder bei den Benutzern draußen machen oder Marktstudien, dann habe ich gesagt, dann bin ich in der falschen Firma. Wenn es Kugelschreiber mit unserem Logo drauf gibt, das war dann aber auch irgendwann der Fall, fairerweise und so, dann sage ich immer, dann verliere ich ein bisschen den Halbglauben, wo ich da richtig bin, weil ich habe gesagt, wir müssen einfach arbeiten und Dinge auf die Straße bringen und klar, mit der Größe werden Dinge träger. Würde mich jetzt noch interessieren, wie hat sich der Onboarding-Prozess verändert, weil wenn du am Anfang bei den ersten Mitarbeitern, man sitzt hier zusammen und sagt, hey, das funktioniert so, das funktioniert so, das ist jetzt der klare Workload, aber bei 100 Mitarbeitern, wie hat sich da der Onboarding-Prozess verändert? Ihr versucht, oder wir, das Gründer-Team, wir waren ja zu viert, haben schon versucht, sehr lange bei jeder Bewerber oder Bewerberin dabei zu sein. Okay. Haben aber irgendwann dann auch, würde ich jetzt sagen, in der 100, 130er-Gegend aufgehört. Das ist immer dieser Spagat. Du hast jetzt einen, sagen wir, Lead in Marketing, VP oder SVP oder CMO, was auch immer, der sagt dann, ich bin ja selber fähig, meine Leute einzustellen. Du musst jetzt als C-Level, als Geschäftsführer dann nicht mehr dabei zu sein. Jetzt willst du dann denen die Freiheit geben und Leadership und, und, und. Umgekehrt geht es ganz viel um dieses Gut-Filling und Kultur-Thema. Und da sind sicherlich Fehler bei uns passiert. Und ich wollte aber, in der Zeit, wo wir dabei waren, war das immer relativ schnell, relativ gut verstanden. Ich habe schon harte Fragen auch gestellt. Ich habe sehr oft Leute einfach in den Laptop hingeben und habe gesagt, du bitte, mach kurz Excel auf und rechne mal aus, 40 Prozent von 3.000 und zieh die Spalte runter, weil ich irrsinnig schnell immer sehen wollte, kann wer mit Dingen umgehen. Nutzt wer Shortcuts? Wie öffnet wer was? Wie ist er am Computer? Wie geht er mit die Fingern beim Schreiben um? Ich weiß überhaupt nicht, ob das richtig ist, aber es ist für mich so eine Indikation, wie arbeitet wer mit Dingen? Wie denkt wer? Oder so kurze Fragen auch. Und zweiteres, haben wir aber später dann schon mehr Struktur gebraucht und das war auch gut. Also wir haben dann versucht und glaube ich, da war Rantastic sicher ein Vorreiter in Österreich oder auch in Europa oder im Dachraum, im Startup-Bereich, geiles Onboarding zu machen. Also du hast eigentlich schon, bevor du bei uns ins Unternehmen gekommen bist, hast du schon Gespräche mit deinem Team gehabt. Die erste Woche, da ist Welcome Florian, da ist dein Buch, da ist deine Mappe. Heute geht A mit dir Mittagessen, morgen B, am C gibt es Team Mittagessen. Wir haben natürlich für die Leute aus dem Ausland Ärzte gesucht, die Englisch sprechen, Banken, die Unterlagen. Wir haben Wohnungen gehabt, dass du die ersten paar Monate in Rantastic-Wohnungen bleiben hast können, während wir dir bei der Wohnungssuche geholfen haben. Also wir haben schon schnell gelernt, du musst enorm attraktiv sein als Unternehmen, als Startup, um die besten Talente zu bekommen. Aber natürlich ist das Onboarding weiter von mir weggegangen, was gut und gleichzeitig auch nicht gut ist. Würde ich es heute noch einmal machen, wäre ich wieder bei jedem Gespräch zu 100 Prozent dabei, auch wenn es nur zehn Minuten sind. Es ist dieses schnelle Bauchgefühl, was mir sehr oft recht gegeben hat, denn das war richtig oder das war falsch. Schwer zu erklären, aber ja. Wie viele Chancen gibst du beim neuen Mitarbeiter? Ein neuer Mitarbeiter fängt an, es passiert ja trotzdem mal, dass man sagt, okay, Bauchgefühl ist vielleicht jetzt doch irgendwie nicht richtig gewesen. Wie hast du sowas gehandhabt oder wie würdest du vielleicht auch in Bezug auf das das heute handhaben? Ich würde es versuchen, heute in einem Monat herauszufinden, ob die Person zum Unternehmen passt oder nicht. Auf der einen Seite natürlich, weil er da noch oder sie noch in der Probezeit ist, dann ist die Kündigung einfacher. Wir wissen alle, wie mühsam wir Verträge und so das ist. Das ist in Deutschland noch problematischer, aber ich habe einmal einen LinkedIn-Artikel dazu geschrieben, die Win-Win-Win-Situation, wenn du dich von jemandem trennst. Und das klingt jetzt ein bisschen absurd oder vielleicht verkehrt, aber angenommen, du hast in deinem Team jemanden, der nicht in das Team passt, entweder weil er oder sie ein Low-Performer ist, weil er oder sie nicht zur Kultur passen, gibt es auch ja diese Genius oder in diesem Netflix-Culture-Thema, sagt man, der Brilliant Jerks, also die brillanten A-Punkt-Punkt, die man nicht braucht. Und was passiert? Das Team performt nicht, weil da irgendwie eine Person drinnen ist. Ich selber, und das habe ich bei mir gemerkt, wenn man oft so das Gefühl hat, oh, da ist eine Person, aber das Team läuft sonst ganz gut, da fängt man zum Wegschauen an und sagt man, okay, in die Person investiere ich nicht viel, die lassen wir irgendwie mitlaufen. Aber in der Zeit, es ist eigentlich auch unfair dieser Person gegenüber, weil die bekommt weniger Aufmerksamkeit, weniger Attention, weniger Möglichkeit, sich weiterzubilden oder in die richtige Richtung zu gehen. Oder parallel, das Schlimmste, die Person weiß gar nicht, dass sie kein oder ein Low-Performer ist oder nicht gut gesehen wird. Und wenn man sie dann, und das lernt man auch erst später im Unternehmertum, man muss sich von Menschen trennen, man trennt sich dann der Person, was passiert? Auf einmal wieder gute Stimmung im Team, selber geht es einem viel besser damit und meistens geht es auch der Person viel besser. damit, weil es gibt für jede Person zu jeder Zeit einen richtigen Platz in einem anderen Unternehmen und man verschwendet ja Zeit für beide, für sein Unternehmen und für die Person, wo die nicht performen kann. Und darum glaube ich, du kannst echt eine Win-Win-Win schaffen und jetzt zurück auf das Onboarding, ich glaube, du musst in den ersten vier Wochen wissen, für die Person, aber auch für dich, passt das. Und wir haben das dann so gebaut, es hat dann in der ersten Woche ein Check-in gegeben, in der zweiten Woche und in der vierten Woche und ich habe gesagt, in der vierten Woche müssen wir auf den Status sein, dass uns du als Unternehmen und als Leader mit fünf Sterne bewerten wirst. Du hast auch einen Pro gekriegt und sagst, arbeite ich hier gerne, null bis fünf Sterne, fünf Sterne. Finde ich Leadership gut, zumindest vier oder fünf Sterne. Mache ich meine Arbeit gern oder kann ich meine Stärken in diesem Unternehmen zum Ausdruck bringen und so haben wir das relativ schnell. Und wenn wir dann nicht dort waren, dann war es auch relativ einfach, sich von dieser Person zu trennen, weil wir auch gesagt haben, schau, es passt ja für beide Seiten nicht. Wir haben auch wollen, dass dieser neue Mitarbeiter, Mitarbeiterin uns bewertet, seinen Lead oder seine Leaderin bewertet und sagt, so sind wir auch draufgekommen, dass es oft ein Leadership-Problem und nicht ein Teamproblem war. Also ich bin ein totaler Fan von einem echt guten, strukturierten Onboarding und minimum so wichtig Offboarding-Prozess. Wenn jemand das Unternehmen verlässt, kannst du ihm nur noch enorm viel mitgeben. Hilfst du ihm bei der Arbeitssuche, sauberes Dienstzeugnis, wenn die Dinge gepasst haben, weil so machst du trotzdem jemanden, der geht und Unternehmen haben Fluktuation, ist ja gut, wenn sich Leute weiterentwickeln, ganz normal. Aber wenn die Person geht und sagt, ich habe echt gerne bei Rantastic-Arbeit, Florian ist echt ein guter CEO, dann kann das ein Promoter werden für dein Unternehmen, für nächste neue Mitarbeiter und, und, und und nicht so auf die Art, ja, wir haben uns jetzt getrennt, du bist böse, wir sind böse, dann gibt es auf Kununu oder auf sämtlichen Plattformen noch eine schlechte Bewertung und all das. Und darum glaube ich, ist Onboarding und Offboarding extrem wichtig. Kurze Werbeunterbrechung, Freunde, ich habe einen Broadcast eröffnet. In dem Broadcast teile ich Insights und Ideen aus meinem Netzwerk. Hier im Podcast spreche ich ja immer mit super erfolgreichen Menschen und so richtig spannend wird es dann oftmals außerhalb des Podcasts. Und diese ganzen Ideen, Zukunftstrends, Business Insights, das können aber auch Investments, Events oder was auch immer sein, super spannend, das teile ich alles in dem Broadcast, da kannst du einfach so beitreten, den Link dazu findest du in der Beschreibung und jetzt wünsche ich dir wieder viel Spaß beim Podcast. Richtig spannend. Wie ging es dann weiter in dieser Skalierung bis hin zum Adidas? Bis zum Adidas quasi. Ja, es ist eine extrem schnelle, brutale, geile Geschichte gewesen, weil 2009 begonnen, vier Burschen, sehr naiv, ein bisschen blau hinter den Ohren, aber sicherlich hoch motiviert und meine Gründerkollegen auch sicherlich hochintelligent. Ich glaube ich ganz gut im Hausverstand und in Menschen zusammenbringen und motivieren. 2012, 2013 schon nach weniger oder noch genau drei Jahren haben wir einen Teil an Axel Springer ja verkauft. Nach drei Jahren? Genau, nach genau drei Jahren oder ein bisschen weniger wie drei Jahren, ja genau. War damals schon eine Bewertung so im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Also da haben wir das erste Mal auch wirklich gut Geld verdient. Wirklich auch mehr als zwei, drei, zwei, drei Millionen so aufs Konto bekommen. Also wirklich viel Geld. Hat aber der Motivation nicht wirklich was geändert. Wir damals waren so im Flow. Wir waren, wir haben, keine Ahnung, wir haben, ich zahle nicht ganz genau, aber wir haben damals irgendwann zwölf Millionen Umsatz gemacht und haben schon 3,6 Millionen EBITDA gemacht. Wir waren brutal profitabel, wir sind brutal gewachsen. Irgendwie hat alles gut funktioniert und wir waren halt auch, die Reise war sehr schön und dadurch auch mehr, mehr, mehr. USA, gehen wir China und da brauchen wir, da größer werden, neue Apps bauen. Und wir hatten wirklich nie, das ist ein bisschen das langweilige an der Geschichte, den richtigen Down, wo wirklich, wir sind jetzt morgen tot. Also so typische Startup-Reise, also Startup-Rollercoaster. Und haben halt immer weiter skaliert und haben echt ein profitables Unternehmen aufgebaut, was weltweit wirklich gut funktioniert hat. Und dann war der Jänner 2015 und Freunde oder Bekannte von mir haben so einen Kalorien-Tracker gebaut, der hat MyFitnessPal geheißen, gibt es auch heute noch. Und die App ist für 486 Millionen von Under Armour gekauft worden. Under Armour, so Mitbewerber zu Adidas und Nike, ist ein bisschen der Neue, der New Kid on the Block in dieser Area von Sportkleidung. Und die haben jetzt auf einmal eine Kalorien-Tracking-App gekauft und haben gesagt, Apps sind die Zukunft, wir arbeiten mit Daten, wir können unseren Usern viel besser die Themen ausspielen, die sie brauchen. Und das war so ein bisschen ein Paukenschlag in der ganzen App-Welt. Und das hat nicht lange gedauert. Dann haben zwei große Konzerne bei uns auf die Türe geklappt und haben gesagt, sie würden gerne reden mit uns. Und wir haben immer gewusst, wir werden nicht verkaufen, wenn dann werden wir einmal gekauft. Ändert ganz viel im Kopf. Also es klopft wieder an die Tür. Dann haben wir aber gesagt, wir können das jetzt nicht ganz unstrukturiert machen. Also so einen Prozess. Wir wollen jetzt nicht verkaufen, aber es klopfen Leute an die Tür, die sind von großen Unternehmen, die sind gescheit, die haben Geld. Wir sollten mit denen reden. Dann habe ich zufällig einen guten M&E-Berater aus Amerika kennengelernt in einem Flug, der von der USA nach Wien geflogen ist, weil seine Großmutter in Wien lebt. Der hat mir dann so gesagt, ja Florian, aber so kleine Dinge unter einer Milliarde machen wir nicht. So lapidar. Ja, ist eh nett, was ihr da macht, aber halt super klein. Irgendwie waren wir uns aber dann sympathisch und er hat gesagt, nein, lass uns trotzdem reden. Und mit dem haben wir dann tatsächlich auch einen strukturierten Prozess aufgesetzt und haben dann wahrscheinlich am Anfang mit zehn Firmen geredet, Tech-Firmen, Sportfirmen, logischerweise eine unter anderem Adidas. Dann aber nur mit einer Handvoll. Adidas war relativ schnell raus aus dem Prozess. Adidas hat so eine Preisvorstellung gehabt, die war ganz weit weg von unserer. Somit habe ich relativ schnell sagen können, okay, wir brauchen auch weder Zeit für euch verschwenden noch für uns. Kamerl aber dann später wieder gemeinsam mit Erik Littke, was damals der CMO von Adidas war, ein Amerikaner, der echter Gamechanger war. Und um es ein bisschen zu verstehen, meine Gründerkollegen und ich haben uns eine Zahl gesucht und das war, glaube ich, ganz wichtig auch. Die war irgendwie größer 150, wo wir gesagt haben, das glauben wir sind, wir wären das Unternehmen. Und wenn dann jemand darunter bieten möchte und sagen, er will jetzt Rantastic unter den Preis kaufen, dann sind wir brutal hart und sagen, nein, irrelevant. Und dann haben wir wahrscheinlich am Ende des Tages so drei, vier Angebote gehabt. Da war auch Adidas bei weitem nicht der Höchstbietende. Aber es ist auch wieder so ein Bauchgefühl, wer passt zu dir. Und es war sehr bezeichnend, Erik Littke kam nach Linz zu einer Präsentation und hat Adidas präsentiert. Und für mich war das das neue Adidas, das Moderne, das Coole. Der coole amerikanische CMO in laiwarten Sportklamotten präsentiert die Vision, die Zukunft. Und man hat erst einmal gedacht, wow, das matcht mit meinen Gedanken. So muss das alles ausschauen. Und wir sind dann gemeinsam mit seinem Chauffeur rausgefahren zu uns ins Unternehmen. Noch war alles nicht geplant. Und ich glaube, er hat das damals sehr smart gemacht. Das habe ich erst im Nachhinein verstanden. Er ist in die Firma mit mir reingegangen, er hat gesehen, okay, alle Flipboards sind mit Englisch vollgeschrieben, Unternehmenssprache Englisch. Er hat gesagt, stellen mir ein paar Leute vor. Wir haben gesagt, wir machen eine Kooperation mit Adidas vielleicht, die Serie Klittke, die BABO, weil durfte ja keiner wissen. Aber er hat einfach abgecheckt, wie ist das Verhältnis von CEO zu seinen Mitarbeitern, wie sind die Leute, welcher Vibe herrscht da drinnen. Und das war alles sehr positiv. Und dann sind wir raus ins Auto gegangen und er hat den Kollegen den Fahrer einmal weggeschickt und wir sind 30 Minuten im Auto gesessen und haben gesagt, er glaubt, die DNA passt sehr gut zwischen uns. Und ich habe gesagt, ich habe das gleiche Bauchgefühl. Ich habe natürlich gesagt, müssen wir uns auf der wirtschaftlichen Seite noch treffen. Er sagte, ja, aber glaubt, auch dort werden wir zusammenkommen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das machen, dann sorgen wir dafür, dass auch die drei Jahre nach dieser Acquisition, wo ja sehr oft Konzern kauft, Startup, Startup, drei Wochen später tot, weil alle Regeln vom Konzern drauf, lass uns eine Firewall bauen und es redet nur Florian Geschwandtner mit Eric Littke und Eric Littke mit Florian Geschwandtner und nicht tausend Leute von Adidas und Runtastic miteinander und bi-ba-bo. Wir sind die Firewall und wir sagen, welche Projekte machen wir gemeinsam. Und daraufhin haben wir uns die Hand geschüttelt und haben gesagt, schauen wir, dass wir die wirtschaftlichen Themen schaffen. Wir sind dann exklusiv mit Adidas auch in der Verhandlung gegangen und dann haben wir das, ja, in Summe wird der ganze Prozess gedauert haben, fünfeinhalb, sechs Monate, relativ schnell. Am 5. August war dann auch das Signing oder war der Deal dann auch durch, ist mit den Quartalsergebnissen ja announced worden und dann waren auch ein paar so geile Sachen. Also die letzten, die letzten 10 Millionen in der Verhandlung, in der Bewertung, die haben dann irgendwie wahrscheinlich nur mehr, nur mehr 10 Minuten gedauert und so. Das waren schon geile Themen, wo du sagst, es ist alles surreal. Umgekehrt lernst du auch und ich habe viele, also einige Freunde in der Startup-Welt, ich habe Leute, die waren schon beim Presse-Termin, die haben schon Fotos gemacht und der Deal ist in die letzten drei Minuten gekippt. Und da ist dieses schöne Sprichwort, was ich sehr gerne bringe, a deal is just a deal when the black is on the white and the green is on the bank. Und irgendwann war halt dann das Announcement und dann gehen die Medien raus und meine gründende Kollegen schreiben so auf, du hast schon irgendwas da, hast du schon offizielle Bestätigung? Ich glaube nicht. Ich habe dann total ein SMS tatsächlich übersehen, zwei Stunden lang. Unser Bankberater hat dann angerufen, weil wir haben so eine kleine regionale Bank gehabt mit einer 1000-Einwohner-Gemeinde und hat gesagt, du, es ist gerade sehr viel Geld eingegangen, was ist da los? Ist das irgendwie Fraud oder was auch immer? Wir haben den natürlich nicht informiert in unserer Blödheit oder wie auch immer das so sagen will. Dort haben alle Alarmglocken geläutet und dann war aber der Deal dann auch durch und dann haben wir gewusst, okay, das ist immer alles gut. Waren wir kurz Abendessen mit einem Hansi Hansmann damals und ich habe nächsten Tag nach San Francisco fliegen müssen, USA und Apple, Google Meetings und das war dann recht lustig beim Einsteigen. Ich bin nie in meiner Rantastic Zeit Business geflogen, also immer Holzklasse, wie man bei uns sagt und die Stewardess Herr Geschwampner, Titelblatt, bitte viel Spaß, wir können Sie leider heute nicht upgraden, es ist alles voll, alles gut. Titelblatt, 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 also die ganzen Zeitungen waren natürlich dann voll mit den News, weil für 220 Millionen Euro war das tatsächlich der größte Exit in Österreich bis dato dort und auch, ich glaube, in Europa einer der größten Exits 2015. Ja, schon eine geile Geschichte am Ende des Tages. Also das kann man schon so sagen, das ist geil. Ja, definitiv. Das ist richtig geil. Cool, wie war das dann für dich? Also du bist ja in den Klassenunternehmen operativ ausgeschieden mit dem Exit, sondern ging ja weiter, oder? Genau, es ging weiter. Ich war ganz normal CEO weiter und hatte bei Adidas, gab es so eine Core Leadership Group, das war so ein erweitertes Vorstand, also neben den fünf Vorstandsmitgliedern waren jetzt zwölf weitere Leute. Da durfte ich mit Abstand der Jüngste da drinnen sein. Wie warst du da damals? Da war ich dann, das muss ich selber rechnen, 2015, was haben wir jetzt, 23, acht Jahre, 32. 32. Genau. Und war dann... Bin ich 40? Ich bin 40 mittlerweile dieses Jahr geworden, ja. Time is flying. Du schaust den zu Hause. Vielen Dank, vielen Dank für die Blumen. Ich versuche immer noch relativ fit zu bleiben, ich sage immer so, 50 Liegestütze müssen immer easy gehen um 10 Kilometer unter 50 Minuten, dann weiß ich, dass das Fitnesslevel stimmt. Genau, aber zurück zu dem, 32 und war dann bei Adidas dort unter anderem mit dabei, viel für digital mitverantwortlich, wir haben dann echt digital, echt das Unternehmen auch, gut weiterentwickelt, den E-Commerce, aber auch Adidas Running, heißt ja die App heute, aber so die Adidas Runner Clubs dann mit unserer App ausgestattet und wir haben fantastisch noch weiter skaliert. Also ich war dann noch dabei, dreieinhalb Jahre, bis Ende 2018. Ganz kurz, alle deine Geschäftspartner und Gründerkollegen, also alle waren noch bis zum Schluss. Ja genau, die anderen waren sogar länger wie ich, ich bin der Erste, der Ende 2018 oder Anfang 2019 raus ist und hätte wahrscheinlich auch bei Adidas eine tolle Rolle machen können, habe aber auch gelernt, dass Konzern, Flieger pflegen und die ganze Welt und so, das ist nicht unbedingt mein Thema. Also ich bin kein Unternehmer, wir haben ja neben Runtastic dann Tractive gegründet, wir haben dann unsere Beteiligungsfirma nebenbei gegründet, wir haben ja jetzt gemeinsam 30 Beteiligungen, ich selber habe glaube ich noch einmal so 15 Beteiligungen, also durchaus über 40 Startup-Beteiligungen und habe mit Leaders 21 jetzt wieder ein neues Startup gegründet, dann meine eigene Fitness-Apps jetzt wieder gegründet. Also ich bin selber gern Unternehmer und habe das eigentlich dann gut abgegeben und es ist auch, das darf man auch nicht vergessen, wenn du selber rausgehst als CEO, machst du auch Platz für andere, die sich entwickeln können und wir haben alles so sauber übergeben, dass die Mitarbeiter alle gut dagestanden sind, das Unternehmen ist gut dargestanden, diese Connection zwischen Adidas und Runtastic war gut, also ich glaube, es war echt ein Blueprint, wie kann ein Konzern ein Startup kaufen und gut weiterentwickeln, also da haben wir schon viele andere gesehen, die nicht so funktioniert haben und das hat alles passt, ich habe extrem viel lernen können, speziell unter Erik Littke, das war ein mega gutes Leadership und habe mich selber sicher noch einmal gut weiterentwickelt, durfte zweimal in der Harvard Business School sein, Leadership Development und und und, also tolle Zeit auch gewesen, möchte nicht missen. Super, super, das glaube ich dir und vielleicht trotzdem noch einen Schritt zurück, weil das ist natürlich schon heftig, das ist eine Riesensumme, die du damals bekommen hast, was hat sich da bei dir zwischen den Ohren verändert, sage ich jetzt mal? Ja, ist eine gute Frage, guter Punkt, also wir haben natürlich alle vier, wir haben vorher schon einen Teil verkauft, man darf jetzt nicht einfach 220 durch vier, aber wir haben alle trotzdem viel Geld verdient, brav Steuern bezahlt, was hat sich geändert? Ich würde meinen, irgendwann dann lernt man Money can buy happiness, also das würde ich unterschreiben, dass dich Geld alleine sicher nicht glücklich macht, aber es beruhigt dich sehr. Es beruhigt dich insofern, dass du dann gewisse Dinge, wie du hast eine saubere Wohnung und wenn jetzt die Waschmaschine kaputt ist, biebapo, ist es wurscht. Ich habe mir dann auch meinen Traum erfüllt und habe mir mal einen 911er Porsche gekauft, das habe ich als 17-Jähriger schon auf meinen Zettel geschrieben, dass ich mir das gerne mit 35 leisten würde dürfen, war dann ein bisschen früher und ein paar materielle Dinge auch, die verlieren aber dann über die Zeit auch wieder mit Wert, weil man dann lernt, okay, eh nett, aber nicht der Game Changer, aber natürlich in junge Menschen und junge Startups investieren, finde ich irrsinnig spannend, also gemeinsam mit meinen Gründerkollegen und so haben wir jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, 10 bis 15 Millionen Euro investiert, also durchaus der Startup-Szene in Österreich und Deutschland viel zurückgeben und das macht irrsinnig Spaß, kann auch irrsinnig mühsam sein in Zeiten wie diesen jetzt, wo die Konjunktur nicht so läuft, wo Geld kriegen, nicht mehr so einfach ist, aber es gehört eben auch dazu in dieser Welt und ansonsten, es sind ein paar schöne Dinge passiert, also mein erster Urlaub war mit 17, weil der Arzt gesagt hat, ich muss uns mehr wegen meiner Branche ein und dann sind wir halt mit einem alten Mercedes einmal mit den Eltern geschwind am Wochenende runter nach Kroatien und wieder rauf, sprich es hat nicht viel Urlaub gegeben in meinem Leben und seitdem ich mir das leisten darf, fahre ich jedes Jahr mit meinen Eltern auf Urlaub, wir waren schon in ganz Amerika und überall und das sind halt so schöne Dinge, wenn du auch zurückgeben kannst und nicht überall nachdenken musst und diese Freiheit, eine finanzielle Freiheit zu haben, ist irrsinnig entspannend, das braucht man glaube ich nicht diskutieren und anders, ich würde meinen, ich arbeite jetzt natürlich weniger, aber auf der anderen Seite immer noch sehr viel, weil ich es gern mache und ich glaube, du lernst auch, Zufriedenheit ist glaube ich immer wieder das Erreichen von kleinen Zielen im Leben und du musst dir die Ziele runterbrechen, du sollst deine North Stars haben, ganz oben, fünf Jahre, zehn Jahre, dort möchte ich hin, aber du musst dann die Ziele runterbrechen auf Quartalsebene, auf privater Ebene, auf Business Ebene und wenn du die dann immer wieder erreichst, dann hast du glaube ich auch dieses Gefühl, dass du zufrieden im Leben bist und ich glaube auch, dass dein Hormonhaushalt so funktioniert und ich bin überzeugt davon, dass Sport eine der wichtigsten oder nennen wir es Bewegung, eine der wichtigsten Komponenten im Leben ist, um auch dieses Gefühl immer wieder zu erreichen und ich habe auch gelernt, was denn nur viel Geld zu haben, ich habe ein halbes Jahr Auszeit gemacht, das klingt schön, es ist wie wir wollen alle im Lotto gewinnen, aber dann bist du trotzdem allein, du hast ja jetzt nicht 20 Leute rund um, die haben alle Geld und Zeit und selbst dann, wenn du jetzt, keine Ahnung, im Sommer in den 14. Beach Club gehst, du hörst die gleiche Musik, kriegst gleiche Essen, it's more of the same, es wird dich nicht großartig befriegen, dann langt es irgendwann und das ist schon das Schöne, eher neue Dinge bauen, anderen zu helfen und vielleicht, was glaube ich noch wichtig ist zu sagen, ich habe auch gelernt, dass ich nicht mehr überall selber der Pilot sein muss, ich möchte Pilot in meinem eigenen Leben sein und nicht Passagier, aber bei Startups, wie bei Leaders 21, was ich jetzt mit Thomas mache, da ist er ganz klar der Pilot oder vielleicht der Spielertrainer mit seiner Mannschaft am Fußballfeld und ich bin der Trainer an der Seitenlinie und ich weiß, ich habe schon mal die Champions League gewonnen und ich kann vielleicht den einen oder anderen Tipp weitergeben und ich kann mittlerweile mich gut fühlen, wenn ich sehe, dass andere erfolgreich sind und das war glaube ich so eine ganz große Transition in meinem Leben, ich muss nicht immer in der ersten Reihe stehen, ich habe so oft präsentiert, ich mache so viele Keynotes und ich habe da und dort Gott sei Dank sehr erfolgreich sein dürfen, aber ich habe mittlerweile eine irrsinnige Freude, wenn junge Menschen oder andere Menschen, denen ich ein paar Tipps mitgebe, besser werden und erfolgreich sind und das ist glaube ich so der große nächste Schritt gerade, der irgendwie durch mein Leben durchgeht. Das ist ein cooler Punkt. Vielleicht trotzdem nochmal einen Schritt ganz kurz zurück, dieser, ich glaube, dieser Trugschluss für viele Menschen, die ja immer sagen, wenn ich mal Summe X erreicht habe, dann mache ich gar nichts mehr, dann muss ich endlich nichts mehr machen. Aber ich glaube, das sieht man oft bei älteren Menschen, die dann in Rente gehen, kein Ziel mehr haben und dann sind schon relativ schnell tot. Ja, relativ schnell tot. Ich glaube, eine Ziel, eine Aufgabe ist für einen Menschen unfassbar wichtig, weil es uns einfach nicht mehr gebraucht fühlt und die Sinnhaftigkeit so ein Stück weit verloren geht. 100 Prozent bei dir und noch einmal, ich glaube, eines der schlimmsten Dinge ist nichts tun. Das ist am Tag schön, das ist am Wochenende, das mag auch ein Monat schön sein, wenn es die richtige Umgebung ist mit den richtigen Freunden und Menschen, aber nichts schaffen. Der Mensch ist nicht gebaut für nichts schaffen. Er würde auch nicht überleben, wenn er nichts schafft, weil irgendwo muss er seine Basics schaffen. Aber das ist, glaube ich, eine total falsche Vorstellung und ich habe es live durchlebt und jetzt ist es natürlich immer leichter mit vollem Konto, lässt sich gut reden oder so. Aber es ist ganz ehrlich sicher nicht die Motivation, wobei damals war es für mich die Motivation. Also ich finde überhaupt nichts Falsches daran, wenn wer die Motivation hat, vermögend und unabhängig zu werden. Das ist total richtig und auch wichtig. Aber umgekehrt wird er wahrscheinlich dann nicht sehen, ich habe jetzt das erreicht, habe ein grünes Häkchen und ich lehne mich zurück und die nächsten 30 Jahre. Wenn das geht, mag es auch schön sein, ich kenne tatsächlich, ich kenne, glaube ich, gar keine Person und ich kenne auch wirklich doch einige Vermögen der Menschen. Du hast vorhin gesagt, ganz am Anfang, du hast schon eine materielle Motivation verspürt, so dieses Unabhängigsein, Unternehmersein, selbstbestimmtes Leben, sich gewisse Dinge ermöglichen. Bei dir war ja schon eigentlich so der Antrieb, der Motor, ein gewisser materieller Motor. Unbedingt, war 100% dabei, ja. Man hört das immer wieder von gewissen Motivationstrainern oder keine Ahnung, findet einfach rum und wenn Materialismus dein Antrieb ist, dann ist alles ein Scheiß, dann kannst du gar nicht erfolgreich werden. Siehst du das? Ich würde so sagen, das sehe ich nicht so, weil bei mir war es der Motor, weil das immer ein Thema in meiner Jugend war oder in meiner Kindheit, dass das nicht gab. Es gab nicht den Gameboy, es gab nicht das Game Gear, es gab nicht den Nintendo und irgendwie die anderen hatten es. Warum haben wir das älteste Auto und und und. Es war jetzt nie das Riesenproblem, aber mir hat es immer so ein bisschen gestört, nicht diese Freiheit zu haben, wenn man jetzt Fußballschule neue braucht, dass man auch neue Fußballschuhe kaufen kann. Somit habe ich auch mit Geld sehr gut umgehen gelernt. Das ist ja, glaube ich, die nächste Schwierigkeit dann, wenn du viel hast, wie gibst du das weiter oder wie geht man damit um, dass man auch diese Financial Literacy, also dieser Umgang mit Geld und mit Vermögen, ist, glaube ich, ganz wichtiger auch in der Bildung heutzutage, der viel zu wenig stattfindet. Aber bei mir, warum? Ich glaube, jeder muss irgendwo seinen Antrieb finden und der kann auch nur temporär das Thema sein. Das hat sich relativ schnell relativiert, das Thema Materialismus. Das habe ich auch gesagt. Aber es war halt trotzdem einer der Antriebe für mich auszubrechen aus einem System, wo ich nicht selbst bestimmen kann, wie geht es weiter. Dafür habe ich immer geglaubt, das war meine Einstellung, ich brauche die beste Art der Bildung und da hat man sozusagen fast ein bisschen das schwierigste Studium und Software und mobile, das war halt irgendwie so eine Idee, dass das modern sein muss. Aber ich war auch motiviert damals nur vom Flyer, vom Studium. Da war Handy oben, da war Formel 1 Seite oben und das hat alles cool geklungen. Ich habe mich viel zu wenig ausgekannt, habe aber gewusst dann, das könnte die Grundlage dafür sein, Dinge zu machen, die in der Zukunft wichtig sind. Und wenn die Dinge wichtig sind, dann werden sie gut bezahlt sein und dann werde ich finanziell unabhängiger. Immer das, was ich mir wünschte, dass das diese Ausmaße annimmt, das hat keiner planen können. Also ich bei schon gar nicht. Umso schöner oder umso besser oder umso glücklicher. Aber ich glaube, und da gibt es ja auch Studien dazu, ich glaube irgendwie so ab 5.500 Euro wird das Glück immer recht viel größer, ob es du mehr oder weniger verdienst. Darum ist es jetzt auch nicht die Motivation. Es gibt Menschen, die so ähnlich sind wie ich, die sagen alle, ich muss jetzt das Vermögen schaffen. Das bin ich überhaupt nicht. Ich muss überhaupt kein Vermögen schaffen. Ich würde schauen, dass ich da gut unabhängig bleibe. Aber meine größte Motivation ist eher, immer mehr zu lernen, die Dinge zu machen, die mir Spaß machen. und bewusst ganz viel Nein sagen. Und bei den Dingen, wo ich glaube, die tun mir gut, Ja zu sagen. Mit den Menschen Zeit zu verbringen, wo ich mir denke, mit dir macht es Spaß. Ich bin da sehr analytisch oft, ich habe mir Excel gebaut die letzten Jahre und habe mir überlegt, wann war es wirklich ein lustiges Wochenende. Welche Indikatoren war da? War das der Platz der Wichtige, dass wir irgendwo schön am Meer waren? Waren es die Menschen? Waren es das? Und da haben wir mal versucht, so ein bisschen zu basteln. Und dann auch, wie viele schöne Wochenende hast du im Jahr? Und ich habe ja so Leute interviewt zu dem Thema. Und die meisten kommen drauf, man hat irgendwie so fünf bis maximal sieben, acht schöne Wochenende im Jahr. Und da bin ich dann so, wenn ich gerade ein schönes Wochenende habe und ich weiß, mir geht es gerade gut, wo wirklich alles passt. Wo du sagst, alles optimieren. Genau. Ist zwar ein bisschen analytisch und vielleicht auch ein bisschen blöd, auf der anderen Seite, schau, wir haben eine Komponente, die uns allen ausgeht und das ist Zeit. Und die läuft uns allen ab und wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Und ich finde immer, die müssen wir so gut als möglich nutzen. Und wenn ich weiß, ich habe dort mehr Spaß wie da, dann gehe ich lieber dorthin. Das ist auch so, eine kleine Ranteste gelesen. Am Anfang klopfst du auf jede Tür, keine geht auf, keiner kennt dich. Danach bist du mega erfolgreich, hast tausend VIP-Anladungen, gehst hin, musst mit Leuten sechs Stunden am Tisch sitzen, die nicht lustig sind, macht überhaupt keinen Spaß. Und das immer wieder bei der Unabhängigkeit. Lieber kaufe ich mir mein VIP-Ticket selber und lade Freunde ein, mit denen ich gerne am Tisch sitze und habe einen Spaß, als wie ich nehme Anladungen an, die mir keinen Spaß machen. Und das ist so, ein bisschen fügt sich in so einem Bild zusammen, diese Unabhängigkeit. Und ich glaube, da muss man jetzt nicht irrsinnig reich oder vermögend sein, dass man das schafft, das ist irgendwie so Freiheit im Leben. Und das ist so, wo ich noch besser werden möchte. Wir haben jetzt über Ziele gesprochen. Wie wichtig sind für dich im Alltag Ziele? Also beschäftigst du dich viel mit deinen Zielen? Wie handhabst du das? Ja, Ziele sind wichtig. Schaffe ich alle Ziele bei weitem nicht. Also ich setze mir viel mehr, als wie ich es schaffe. Und wie schaut das aus bei mir? Ich habe ein paar so kleine Ziele, die quasi auf täglicher Basis funktionieren. Also wie gesagt, ich versuche jeden Tag 50 Liegestütze zu machen mit meiner Liegestütze-App. Das schaffe ich ganz gut. Habe die letzten 190 Tage, so lange gibt es die App, mittlerweile geschafft. Dann versuche ich im Business so Appreciations zu senden, Leute zu motivieren. Und dann teile ich so ein neues Jahr. Ich lebe so immer auf Jahresbasis. Und wir haben so eine Zielescheat einmal gebaut. Da hast du Health Goals, also gesundheitliche Ziele, Business Goals, Family Goals. Was ist noch als Traum? Friendship Goals. Und ich setze mir dann überall, die sechs Bereiche sind es, glaube ich, das gibt es auch bei uns auf LIDAS 21, diese Ziele-Template. und setze mir dann wahrscheinlich sagen wir mal sechs Bereiche, mal vier Ziele, 24 Ziele und dann streiche ich im Jahr immer so runter. Und versuche dann bei der Hälfte der Ziele trotzdem regelmäßig drauf zu schauen. Eher als Reminder und so sechs Bücher im Jahr zu lesen, relativ wenig, aber ich höre enorm viel Podcast. Und ja, das war jetzt eine lange Antwort, aber Ziele sind schon relevant für mich, um mich zu motivieren oder ich sage mal auch den Speed richtig einordnen zu können, indem ich gehe. Aber hast du jeden Tag, schaust du jeden Tag deine Ziele an? Nein, nein, nein. Nein, das würde ich meinen. Ganz unterschiedlich. Natürlich, so jetzt das Liegestützziel oder ich versuche jeden Tag so mit dem Handy mitgetrackt 7.000 Schritte zu machen, weil das wären dann so 10.000 Overall. Da schaue ich schon fast jeden Tag rein, weil das ist ein tägliches Goal und das sind so Bewegungsziele, die sind mir enorm wichtig. Und umgekehrt, die anderen versuche ich eher so zweimal im Monat, aber schon minimum einmal auf Monatsbasis. Ich habe die auch wirklich ausgedruckt und die hängen über mein Homeoffice, so auch, dass ich ein bisschen graden kann und ein bisschen drauf schaue, wo stehe ich. Okay, cool. Und wie sieht jetzt aktuell bei dir so ein typischer Tag aus? Kann man das überhaupt sagen oder hast du so Routinen, vielleicht so Morgenroutine, die wiederkehren ist? Also jetzt der typische Tag, also nicht von der Arbeit jetzt einmal, so prinzipiell, ich stehe relativ, also man stehe auf halb 7, 7, also schon ein bisschen später mittlerweile. Ich versuche jetzt auch sehr regelmäßig zu schlafen, weil das natürlich für den Mindset und für die Gesundheit wichtig ist. Ich habe da so einen Tracker, das Whoop-Band, wo ich mir auch Schlafqualität ein bisschen optimiert habe über die letzten Jahre, was sehr gut funktioniert hat. Hätte ich nicht geglaubt, aber geht tatsächlich. Bis aufs Wochenende, das ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man da dann doch einmal weg ist und das eine oder andere Glas trinkt. Aber es muss ja nicht alles perfekt sein im Leben. Also ich stehe auf, halb 7, 7, nehmen wir in der Früh relativ viel Zeit jetzt, minimum eine Stunde, um ein bisschen die Nachrichten zu checken, so ein bisschen reinzukommen in den Tag, was ist los, zu frühstücken. Das mag ich eigentlich ganz. Gehe so zweimal in der Woche am Morgen laufen, kurze Runde, 35 Minuten, aber nüchtern am Morgen, das ist so. Zweimal in der Woche. Meistens zweimal in der Woche, genau. Kurze Runde, du musst ja Podcast hören, dann geht es irgendwie in die Arbeit. Arbeit ist so, dass ich zwei Tage operativ an einem Startup, das heißt Leaders21, Leaders21.com, da macht man so Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung, bauen wir eine Software dafür, für Firmen, die ihre Leute weiterentwickeln im Softskill-Bereich, also da bin ich operativ tätig. Dann habe ich einen Tag, widme ich meine Fitness-Apps, also ich habe die Firma Foxy Fitness gegründet, dieses Jahr im März, da habe ich eine Liegestütz-App, die 100 Liegestütz, da legst du das Handy am Boden, machst Liegestütz und die zählt dir automatisch mit, mit Zählen, Rangliste mit deinen Freunden und arbeite ich so einen Tag operativ in der Woche, das sind dann drei Tage, sprich, ich sage jetzt wirklich Montag und Freitag, ist dann frei für die Beteiligungen, weil bei 40 Start-up-Beteiligungen hast du meistens irgendwo Board-Meetings oder dann Dinge wie heute mit dir einen Podcast machen oder ja, ich habe ein paar Immobilien und meine privaten Projekte, baue gerade irgendwo ein Haus mit meinen Kollegen gemeinsam, also da füllt sich dann der Tag mit, mit Themen, die jede Woche eher reinkommen, sage ich so, in der Eisenhower-Matrix wäre das dringend und wichtig, Feuer löschen, also da ist immer dann genug zu tun und mein Arbeitspensum, weil ich oft gefragt werde, war früher die ersten fünf Jahre wirklich verrückt bei Rantastic, aber es war auch verrückt positiv, weil es immer gut dahingegangen ist, also es war sicher hoch, sicher eher 60, 70, 80 Stunden, aber noch einmal mit 25 bis 30 hast du eine ähnliche Energie und ich glaube, wenn du kein Geld hast, dann musst du ja arbeiten, also alles gut und ich sehe es wahrscheinlich eher so in der 50-Stunden-Gegend, würde ich sagen, aber ich mache auch meinen Urlaub regelmäßig, ich nehme meine Wochenende raus, jetzt gehe ich nach Mallorca, jetzt gehe ich nach Mallorca, Mittwoch bis Sonntag, habe ich mir zwei Bücher mitgenommen, die ich gerne lesen würde, das ist mein Ziel im Urlaub, Welche Bücher sind das? Das ist einmal How to Grow Big Business oder so heißt das, habe ich gerade geschenkt gekriegt letzte Woche, kenne ich so noch nicht oder How Big Business Grow, irgendwie so in dieser, heißt das und das zweite Buch ist so 100 Essays About a Better Life oder so irgendwie in die Gegend. 101 Essays, genau das Buch, genau das vom Piper Verlag da oder so, genau die zwei habe ich da mitgenommen, die zwei würde ich gerne lesen und ansonsten wirklich auch Urlaub machen, also sprich, wenig tun, nichts tun, Sport machen, schlafen, gut essen, genau in die Richtung. Sehr cool. Läufst du nur sportlich, weil du vorhin gesagt hast, Sport ist immer nur eine extrem wichtige Komponente, läufst du nur zweimal in der Woche oder machst du noch andere Sportarten? Ja, ich bin, doch, doch, ich bin drei, vier Mal in der Woche im Gym und das auch schon seitdem 16 oder 17 bin, genau, ist immer so ein bisschen ein Spiel, ich gehe mehr laufen, also im Winter baue ich immer ein bisschen so, da würden jetzt die Trainingsleute, also ein bisschen Massephase, ein paar Kilo mehr aufbauen, Muskelmasse zulegen. Jetzt gerade Massephase oder? Nein, es geht jetzt dann los im Oktober. Geht jetzt los, okay. Jetzt ist gerade eigentlich ein Scheiß, es ist irgendwie August, es ist schlechtes Essen, viel unterwegs gewesen, aber es war im Sommer ganz gut, ich spiele mich immer so, ich habe vorher gesagt, so Fitnessindikationen sind immer so, wenn ich eine gewisse Pace laufen kann und wenn ich unter fünf laufen kann, ist es gut für zehn Kilometer, wenn ich meine Minimum 50 Liegestütze in einem Satz, normalerweise würde ich sagen, so 70, 80, 90, dann weiß ich, ich bin gut beinahmt und ich habe irgendwie, ein bisschen proletisch, aber irgendwie seit 25 Jahren auch ein Sixpack, das kann ich immer, das geht sich immer aus und dann weiß ich die Indikatorenstimme. Jetzt muss man fairerweise sagen, mit 40, der Stoffwechsel ändert sich und du musst schon bei der Ernährung, aber es ist ein Teil von Disziplin zeigen und das macht mir irrsinnig viel Spaß mit dem Körperspielen. Das ist so, darum gehe ich auch in der Früh laufen, da weiß ich, kann besser Fett verbrennen, das ist für mich einfach eine Leidenschaft und ohne Fitness, ohne Bewegung, könnte ich auch irgendwie im Businessleben, glaube ich, nicht die Motivation an den Tag bringen. Also wenn ich jetzt, wie jetzt, ich habe so eine leichte Sommergrippe tatsächlich gerade gehabt und ich habe jetzt, glaube ich, seit Freitag keinen Sport mehr gemacht, also so drei, vier Tage, ich bin schon relativ umrund. Genau. Und ich hoffe, morgen geht es wieder, spätestens übermorgen. Das kann ich zu 100% nachvollziehen. Also bei mir ist Sport einmal ein wahnsinnig wichtiges Thema. Bei mir ist es aktuell so, ich habe so eine Routine, ich stehe jeden Morgen auf, mache erstmal ein Hit-Workout, der dauert nur zwischen fünf und zehn Minuten, aber sehr intens und ich bin voll am Start. Vielleicht eine kleine Anekdote, Entschuldigung, ich habe es unterbrechen, aber ich habe vor jedem großen Deal, vor jeder Verhandlung, vor jedem wichtigen Meeting und sei es, ich habe um vier in der Früh laufen gehen müssen, war ich schon laufen. Und ich war meistens, wenn wir so Early-Bird-Meetings gehabt haben, was ja teilweise in den Großstädten, in neun Uhr ist ja Early-Bird für viele, war ich schon komplett im System. Also auch wie wir unsere Deals verhandelt haben und so, da waren wir wirklich da. Vor der Kreislaufshow, High-Level. Ja, und was ja am Vordergang hingeflogen, zuerst spät gelandet, fünf Uhr in der Früh auf, zack, alle als Push-Ups gemacht und wirklich ready, ready to negotiate. Und das glaube ich, ist schon ganz wichtig, auch wie du dich selber fühlst, wie du in den Raum reingehst, wie du, deine Körperhaltung, deine Position und das glaube ich, ist wieder was mit Training auch kommt. Du hast eine gewisse Spannung, eine Tension, eine, und das gehört irgendwie, ich glaube auch immer mehr zu erfolgreichen Menschen dazu, da hat so Tage, der moderne Manager hat Laufschuhe immer dabei, egal wo er hinfliegt und so. Also es ist nicht mehr irgendwie im Raum sitzen, die Zigarette rauchen und, 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 sondern es ist halt doch auch Sport und Bewegung und mittlerweile ein Thema, was mich sehr interessiert, ist Longevity, länger leben, weil ich sehe es bei meinen Eltern, mein Papa ist irgendwie so 75 und wir gehen im Winter Skilaufen, acht Stunden gemeinsam und brauchen keine Pause machen, so übertrieben gesagt. Und ich bin immer mehr motiviert, warum nicht, leisten kann ich es mal und darf ich es mir, also ich würde lieber gern halbwegs gesund 80 oder 90 werden, weil das Leben ist auch im Alter sehr schön. Und das ist so ein bisschen meine Motivation auch nicht. Ich glaube, was viele Leute unterschätzen ist, was wir jetzt in unseren 30er, 40er und 50er machen, ist extrem relevant, wie wir unsere 60er, 70er, 80er, 90er erleben werden. Zumindest ist das meine Überzeugung. Und darum ist Fitness auf der einen Seite sowieso part of the game, aber natürlich auch nachhaltig nach vorne schauen, einfach ein Teil meines Lebens. Mega spannender Blickwinkel, ja, richtig cool. Was mir übrigens noch hilft, auch noch ein kurzer Punkt für das Energielevel in der Früh. Also ich tusche mich schon immer so ein, zwei Minuten warm und dann ist es kalt. Das gibt mir ultra viel Power. Mittlerweile brauche ich das. Ich bin da inspiriert worden von einem Mitarbeiter von mir, der das schon viel länger macht und ich ziehe es jetzt mittlerweile vier Monate durch. Ich brauche das richtig. Dieser Workout und dann diese kalte Dusche, das pusht mich einfach so. Habe ich letztes Jahr begonnen mit Wim Hof, der ist ja der Erfinder des Eisbadens und mittlerweile auch meine Sandor in der Dusche. Ich schaffe es nicht ganz so oft. Ich freue mich jetzt aber am Winter wieder, weil ich mir so einen Pott nicht gekauft, der draußen auf der Terrasse steht, in den ich reinhüpfen kann. Tue ich mir leichter wie in der Dusche. Echt, oder? Weil ich mag das Warme oft und dann auf das Kalte umzustellen. Es ist schon eine Überwindung für mich, aber ist ein so ein Punkt, wo ich vor allem für das Immunsystem und auch für das Freshsein glaube, ist unglaublich stark. Also da kann ich auch nur empfehlen, Wim Hof Atmung und Eisbaden ein extrem gutes Buch, die Wim Hof Methode. Was mich jetzt noch interessieren würde, weil das ist für dich schon ein ausschlaggebender Punkt, du hast damals, also trotzdem jetzt einmal ein kompletter Switch zum Business, zu Runtastic, weil das ist ein Punkt, der ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Du hast mit Geschäftspartnern gegründet. Das ist ja für viele schon ein Stolperstein. Die Auswahl der richtigen Partner. Und ich habe jetzt so rausgehört, das war bei euch ja nie ein Problem. Oder war es mal ein Problem? Nein, bei uns. Vielleicht habe ich das schon verstanden. Zur Erklärung, wir waren vier Gründer, Alfred, Christian, René und ich. Zwei Techniker, Christian und René, brillante Techniker, irrsinnig gut. Alfred, mehr der Kaufmann, BWL. Ich so ein bisschen Technik und Wirtschaft studiert, so ein gutes Mittelmaß, der gut übersetzen hat können von der wirtschaftlichen Sprache in die technische, aber total produktfokussiert. Und ich sicherlich der Alpha, der vorne steht. Aber wir haben beispielsweise die ersten eineinhalb Jahre, noch einmal, wir haben den Begriff Startup de facto 2009 noch nicht gekannt. Wir hatten eine E-Mail-Adresse, die hat geheißen CEO at Runtastic.com, die ist an uns vier gegangen. Und irgendwann später hat dann einmal irgendwer gesagt, du, ihr braucht einen CEO, eine Firma hat nicht vier CEOs und so, das ist hirnrissig. Und erst dann haben wir, dann war aber relativ schnell klar, auch das kann nur ich sein in diesem Fall. Und das passt auch. Ich glaube, die anderen waren noch sehr froh, nicht auf jede Bühne zu gehen zu müssen, über jede Keynote, über die Runtastic zu pitchen. Umgekehrt haben die im Hintergrund brillante Arbeit geleistet. Und ich glaube, eine der besten Entscheidungen war, wir haben von Anfang an alles, alle Quote aufgeteilt. Sprich, jeder hat 25 Prozent am Unternehmen, danach, wie die anderen eingestiegen sind, haben wir ganz normal dilutet, verwässert. Wir hatten alle vier immer gleich viel. Würde jetzt sagen, dass ich mehr gereist bin und da und dort ein höheres Pensum gehabt habe. 100 Prozent. Aber eine der besten Entscheidungen war trotzdem, dass wir alle vier gleich viel immer bekommen haben. Somit hatten wir nie die Diskussion, ist es fair, ist es unfair. Ein Gründerkollege beispielsweise, er war erkrankt an Krebs, sehr jung, ist alles gut ausgegangen, darum kann ich es auch erzählen und so. War aber dann ein paar Monate weg, war mit Chemotherapie, pipapo. Und für uns war es keine Sekunde ein Thema, ob der da sein Gehalt bekommt oder nicht. Natürlich. Also wir waren da so eine starke Einheit und das verbindet uns heute, acht Jahre später, immer noch so stark. Wir haben die Wohnung, wo ich morgen hinfliege, die haben wir gemeinsam auf Mallorca. Wir haben gemeinsam eine andere Wohnung in den Bergen drin. Wir teilen uns relativ viel. Wir haben 30 Startup-Beteiligungen, zehn Vorinvestments gemeinsam. Wir teilen uns Arbeit auf, weil wir wissen, wie funktionieren wir, wer ist welcher Typ. Wir machen jedes Jahr gemeinsam Urlaub und es ist eine der schönsten Sachen. Und ich glaube oder bin überzeugt davon, das ist alles nur deswegen möglich, weil wir den Kuchen immer gemeinsam geteilt haben. Und wir haben gesagt, schau, teilen wir den Kuchen in vier, schauen wir, dass jedes Stück, dass der Kuchen größer wird, dann ist auch jedes Stück was wert. Richtig cool. Ja. Lorian, vielen, vielen Dank schon mal für die coolen Insights und ich finde die Geschichte von dir unglaublich inspirierend. Im Podcast, im Erfolgsmanagement-Podcast ist es immer so Ritual, dass der Interviewte nochmal einen Buchtipp abgibt. Wir haben ja schon ein bisschen über Bücher gesprochen, über spannende Bücher, auch zwischen dem Podcast. Jetzt waren jetzt irgendwie immer wieder Bücher-Thema bei uns. Aber hast du denn irgendeinen Buchtipp, wo du sagst, das ist ein Buchtipp, das hat mich total geprägt? Ja, ich muss so frech sein und vielleicht darf ich zwei Bücher abgeben, weil dann tue ich mir leichter. Ja, logisch. Weil du hast jetzt das Wort geprägt in die Runde genommen. Ja, ja. Horowitz, der sehr stark darüber geschrieben hat, also dieser typische Rollercoaster im Startup-Bereich, wenn es auch einmal nach unten geht und du hast nur noch wenige Wochen zum Leben als Unternehmen gesprochen jetzt und später dann trotzdem irrsinnig erfolgreich. Also das war schon ein sehr bezeichnendes Buch für diese Startup-Welt und diese Gründergeschichte, sie durchzuerleben. Und dann auch, da ist ein Kapitel drin, in der Art How to Hire and Fire Your Best Friend, das ich auch durchmachen musste, also Freunde kündigen und so, das ist nicht leicht, aber muss man lernen im Unternehmertum. Und weil man heute, das wäre Buch-Tipp Nummer eins, und weil man heute trotzdem ein bisschen über Kapitalismus, über Geld und über diese Dinge gesprochen hat, von Brian Foley oder Forley, der Psychology of Money, ist ein extrem gutes Buch. Hab ich gelesen. Hab ich gelesen, über Geld, wo über Bill Gates die Story extrem interessant war. Und die Anfangsstory, glaube ich, war über den Hausmeister, den er 2500 netto verdient hat irgendwie und dadurch ein Multimillionär geworden ist. Richtig, richtig. Weil er verstanden hat, wie Geld funktioniert. Genau. Und da sind sehr viele schöne Anekdoten drin, die einfach im Kapitalismus, glaube ich, wichtig sind, die aber auch motivierend sind. Also nach einmal, Geld ist nicht, manikant by happiness, aber ich glaube, es ist ganz gut, Geld zu verstehen. Und das wären die zwei Buchtipps, die ich abgeben würde. Genau. Cool. Vielleicht trotzdem wieder zum Thema Geld, weil Geld ist ja in unserer Gesellschaft mittlerweile schon ein intensiv diskutiertes Thema. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass man einen positiven Bezug zum Thema Geld hat. Ich habe mir einen spannenden Satz gelesen. In einem anderen Buch, da geht es auch um Geld, ich glaube, wie heißt das Buch? So denken Millionäre. Da habe ich mir einen spannenden Satz gelesen. Und zwar, sag niemals, dass dir Geld nicht wichtig ist, weil wenn du zu deiner Freundin sagst, sie ist dir nicht wichtig, glaubst du, sie ist dann noch lange bei dir. Das war eine schöne Aussage. Das habe ich ganz spannend gefunden. Ich glaube trotzdem, ist es wichtig, einen positiven Bezug zu Geld zu haben. Egal, ob jetzt Geld Glück kauft oder nicht. Nein, nein. Ich schaue, Geld ist eine Währung und Geld ist die Währung, damit wir handeln können als Menschen. Also ich gebe dir Geld, du gibst mir dafür Warn und darum ist es ganz wichtig, das zu verstehen. Und umso früher und darum glaube ich auch, dass so eine finanzielle Grundausbildung, wie es sie in manchen Ländern gibt, irrsinnig wichtig wäre, weil das größte Problem ist, zumindest war es bei mir so, dass ich in meiner Schulbildung ganz wenig Umgang mit Geld gelernt habe. Was heißt das überhaupt? Wie kann man sich auch selber verkaufen? Was sind Steuern? Und, und, und. Ist natürlich jetzt nicht für jeden Zwölfjährigen super relevant, aber ich glaube, man kann es auf spielerische Art und Weise besser erklären und die Amis sind da viel, viel besser unterwegs wie wir, was zumindest diese Ausbildung oder Aufklärung betrifft. In unserem Bildungssystem ist es tatsächlich ein Riesenthema. Ich habe schon mit Menschen gesprochen, mit jungen, jungen Heranwachsenden, die irgendwie gerade promovieren in einem tollen wissenschaftlichen Segment und dann aber zu mir kommen und sagen, hey, also das mit den Steuern oder kannst du mir einfach jetzt mal kurz erklären, was sind eigentlich Aktien? Ja, klar. Was müssen wir schnell erklären? Ja. So, und das ist schon irgendwo dramatisch und ich glaube, es ist unfassbar wichtig, zu verstehen, wie Geld funktioniert und wie Vermögensaufbau funktioniert. Ja, und auch für unser Land oder unsere Länder, weil nur dann werden wir auch nachhaltig erfolgreich sein, auch als Land gesprochen. Definitiv, definitiv. Florian, vielen Dank für deine Zeit. Es war unfassbar spannend, jetzt mit dir zu sprechen und ich wünsche dir alles Gute. Genau, ich sage auch noch vielen Dank für die Einladung, danke fürs Zuhören an alle. Zwei kleine Dinge gebe ich immer noch gerne mit, also der in Leadership und in der Mitarbeiterentwicklung besser werden will, gerne auf Leaders21 schauen und gerne meine Liegestütze runterladen, so frech bin ich, aber ein bisschen Eigenwerbung, weil das macht immer Spaß. Alles in die Shownotes. Super in die Shownotes rein und danke, dass ich da sein habe dürfen. Hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke.